Die Vinobele bewegt sich Gott sei Dank auf einem sehr hohen Niveau und es gibt sehr viele Spitzenweine. Wir haben ungefähr vor drei Wochen den Feldkircher Weinpreis ausverkostet, haben an die 200 Weine probiert, aber ich kann Ihnen ganz ehrlich sagen, es sind sehr viele gute Weine dabei. Aus welchen Regionen kommen denn die Weine? Im Grunde aus allen österreichischen Weinbergregionen, unter anderem auch Vorderlberg. Wir haben einen tollen Vorderlberg-Sieger, wir haben auch einen St. Gala-Weinpreis-Sieger und das macht eigentlich das Ganze so interessant. Es sind nicht nur die großen österreichischen Weinbaugebiete vorne dabei, sondern auch das kleine Vorderlberg und auch unser Nachbar St. Kalm. Wenn ich mich jetzt als Laie nicht besonders gut auskenne, auf die Vinobele gehe und mir dort einen wirklich guten Tropfen holen möchte, wo schaue ich dann am besten nach? In welcher Region gibt es derzeit die besten Weine? Sie nehmen sich erstens den Weinführer, den es gibt auf der Vinobele, studieren da ein bisschen durch und werden ihren Favorit finden. Ich würde Ihnen raten, gehen Sie zu ein paar verschiedenen Winzern und kosten Sie ganz vorurteilfrei die Weine durch und Sie werden viel mehr Gute finden, als vielleicht manche meinen mögen. Wir werden viel mehr Gute in die Kaffeein und dann möchte sie auch in der Vinobeleule der Kaffeein Amen.